Hunderte Jahre sind vergangen. Tausende Menschen haben ihn gesucht. Aber keiner konnte ihn finden. Wirklich keiner. Wir haben gekämpft, sind geritten und haben vieles erlebt. Es war ein harter Kampf. Es gab viele Opfer, doch wir haben nicht aufgegeben und wurden härter und härter. Und jetzt ist es endlich passiert. Die Wiedergeburt von... Triple M.P. Ey, das kann sich so auch nicht mit der Hand runterholen. Er braucht dafür einen, sagen wir mal so, Riesen noch. Wo öfters geht der um Vergewaltigte Türen, weil in eine drei Meter hohe Tür passt erst ein Schwanz rein, wenn er steigt. Penis. Oh, Heilige in this room, das Penis. Jimmy. Die Wiedergeburt von Triple M.P. Ab heute jeden zweiten Tag um 14 Uhr auf diesen Kanal.